Nach einer Pause geht es wieder. Dann geht es endlich weiter mit Fremdbestimmt, dieses Jahr das zweite Programm, Werkprozess ist der Titel und Benjamin Schweizer hat das Programm zusammengestellt. Was ich eben gespielt habe, war natürlich ein Ausschnitt aus dem Programm, aus Krosnick-Soli von Ralf Schäpey, ein kleiner Teil. Es geht dabei, da gehe ich im Konzert noch drauf ein, um eine 12-Ton-Reihe, die kann so klingen, wie ich es eben gespielt habe, die kann aber auch ganz anders klingen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das ist Schäpey hat so etwas Urmusikantisches. Man könnte auch sagen, die musikalische Welt ist noch in Ordnung, wenn es irgendwie so ein bisschen padom, padom, dann ist es fröhlich. Wenn es so klingt wie beim zweiten Mal, ist es irgendwie dreamy oder was auch immer. Ja, so ist Schäpey. Und das war auch schon zu merken, beim Schäpey ist das Cello wahnsinnig tief, weil die C-Seite runtergestimmt ist auf A. Deswegen hat er sein eigenes Cello in meinem Konzert und die anderen Stücke spiele ich auf meinem normalen Cello. Das Programm ist so gedacht, dass es von jedem Komponisten, der vorkommt, zwei Stücke gibt. Ein früheres und ein älteres. Bei Schäpey war das das frühere Stück. Und es gibt dann noch ein späteres von Chelsea. Von Chelsea sind es auch zwei Stücke, die bei ihm relativ dicht beieinander liegen. Es gibt einen großen Zyklus Trilogie, die drei Stadien des menschlichen Lebens. Daraus spiele ich den mittleren und daraus spiele ich jetzt einen kleinen Ausschnitt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und das ist schon ziemlich cool. Und so geht es eigentlich das ganze Stück. Das war jetzt eine schlechtere Stelle noch, aber dass es so Töne gibt, um die es kreist, und es geht mal ein bisschen mehr auf den oberen, mal auf den unteren. Hat eine echt große Energie. Das ist das eine Stück von Chelsea. Andere sind etwas ruhiger. Kommen wir zur Komponistin des Abends. Das ist Ursula Mamlok. Ursula Mamlok hat 1982 die Fantasy Variations gespielt. Und bevor ich dann nochmal zum Schluss sage, genau wann und wo das Konzert stattfindet, spiele ich die dritte der Fantasy Variations. Und wenn man das now, knater stattfindet, Und wenn wir uns das, dann einfach mal ausprobieren, Ja, Ursula Mammler, Fantasy Variations. Alle sechs Stücke, alle drei Komponisten und Komponistinnen gibt es am 24. September in Jeberberg Frieden zu hören um 18 Uhr, am 27. September hier auf YouTube um 19 Uhr im Livestream und am 28. September in Dresden in der G8 um 20 Uhr. Wer kann, sollte zu einem der Konzerte kommen, wo man direkt hingehen kann, aber Livestream ist auch besser als beim Huf. Gut, bis dahin der Konzerte.